herzlich willkommen gute freunde investor und newcomer was geht denn ab leute ich habe einen angenehmen start in diesen wunderschönen sonnigen tag es sieht schon ziemlich stark noch sommer aus der markt ist auch wieder grün die sec hat uns natürlich geschützt vor pepe vor luna und macht jetzt weiter so jay ich bin super froh dass die uns so schützen aber ja der markt ist wieder grün wir haben wieder ein rebound ich habe euch gesagt wir werden uns nicht lange in diesen unteren 25.000 bereichen aufhalten wir werden wie ein katapult wie ein wie ein gummiband wieder zurückgezogen werden so ist es jetzt auch gekommen wollen wir sehen ob wir uns jetzt hier länger aufhalten wir haben natürlich negative weitere informationen bekommen ob das jetzt so erschreckend ist und wie das nicht erwartet haben das betrachten wir jetzt in diesem video und welche agenda die sec beziehungsweise die us-regierung gerade geht und in wiefern das letztendlich cia-taktiken sind die schon global genutzt werden um aufruhen zu schaffen das werden wir uns auch gleich anschauen es gibt auch einen begriff dafür gucken wir uns mal an wir haben schon vor drei monaten berichtet gehabt dass es in so eine richtung kommen kann und viele haben gesagt auch das sind einfach nur verschwörungstheorien oftmals steckt aber viel hinter diesen verschwörungstheorien dass es jetzt aufgeht das sehen wir langsam wir haben auch einige informationen zu send und zu matic was da genau passiert und wieso sie letztendlich jetzt etwas stärker fallen werden muss betrachten wir haben einige interessante informationen auf den charts darum tauchen wir direkt ein die sec möchte jetzt natürlich die kunden in den usa schützen und möchte die beinance us assets einfrieren lassen natürlich werden sie die kunden dadurch schützen wenn sie nicht mehr an ihr geld und dann ihre crypto assets kommen sie nicht mehr auszahlen können sie eingefroren sind damit hat die sec mal wieder einen wunderschönen schritt nach vorne gemacht und ihre kunden geschützt ja das ist genau das was wir alle wollen dass die sec unsere assets einfriert beinance ist hier dagegen angegangen und hat gesagt nein das hatte rein gar nichts damit zu tun ob wir hier gut mit den assets umgehen oder nicht wir werden weiterhin ein und auszahlungen gewährleisten und werden auch gerichtlich dagegen vorgehen weiterhin haben wir jetzt diese informationen coinbase wird auch von der sec verklagt wir sollen eine unregistrierte exchange sein ein broker und ein clearing agency wunderschön zu sehen dass das jetzt kommt nachdem sich coinbase bei der sec registriert hat eine lizenz bekommen hat um eine aktiengesellschaft zu werden komplett durchleuchtet worden ist ein daumen hoch bekommen hat kommt die ss jetzt mit so einem schwachsinn an coinbase hat sich über mehrere monate hinweg mit der sec getroffen um regulatorische klarheit gebeten hat für millionen von summen von eigenen geldern von ihren anwälten zwei konzepte ausgearbeitet wie man an diese geschichte rangehen kann an regulierung des crypto spaces beides abgelehnt wir haben keine ahnung wir müssen erst mal sehen und jetzt werden sie verklagt herrlich vor kurzem wurde ja auch kraken verklagt und musste 30 millionen zahlen weil sie staking as a service angeboten haben also was jetzt ist jetzt ethereum auch eine security oder nicht wird hier nicht erwähnt aber ja dieser service den sie da angeboten haben ist anscheinend ein security verkaufs service deshalb müssen sie 30 millionen zahlen um hier noch mehr verwirrung reinzubringen die cftc hat ja beinance auch verklagt haben denn die cftc behauptet ja dass beinance eine illegale digitale asset derivative exchange wäre wundervoll zu sehen also was ist das jetzt ist das eine illegale securities exchange es ist eine illegale digitale es ist die die derivative verkauft was denn jetzt also wenn sich die aufsichtsbehörden selber nicht mal einig darüber sind was ein wertpapier und was eine handelsware oder ein rohstoff ist woher sollen dann unternehmen hier auf irgendeine art und weise irgendein framework haben nachdem sie sich halten können wenn sie solche crypto währungen oder mit crypto assets handeln agieren verkaufen aufbewahren führen können das ist einfach verrückt und natürlich wirkt sich das auch geschäftsschädigend für solche unternehmen aus 29.500 bitcoins wurden von beinance herausgezogen das sind ungefähr zwei prozent ihres balance 108.000 in ethereum das sind ungefähr 2,5 prozent ihres balance wurden aus beinance herausgezogen und bei coinbase ungefähr gleich also eine unsignifikante menge an an bitcoins mit 605 mit coins wurden abgezogen aber 310.000 in ethereum und das macht letztendlich 4,8 prozent ihrer ihrer ethereum balances aus also wir sehen hier aber auch eine imbalance es werden auf jeden fall mehr ethereum als bitcoin aus diesen beiden exchanges herausgezogen aber ja letztendlich ist das geschäftsschädigend denn diese kryptos die werden wahrscheinlich irgendwo anders hinfließen und irgendeine andere exchange die jetzt gerade nicht verklagt wird von der sec holt sich dann schön diese gewinne rein aber das interessante an der ganzen sache ist beide crypto börsen sind stark beteiligt an stable coins ja coinbase mit circle zusammen ist der herausgeber von usdc des zweitstärksten stable coins und beinance gibt busd raus auch einer der stärkeren stable coins und das ist wieder mal eine agenda die gefahren wird wir stehen kurz davor dass sie ihre cbdc launchen möchten und solche stable coins stehen natürlich man könnte sagen fast in direkter konkurrenz dazu das wundert mich nicht dass sie jetzt stark genau gegen diese beiden hier angehen und wer jetzt versteht dass hier eine größere agente hinter steht dann wird dann verstehen dass cooper und kirk schon die obama administration verklagt hatte die fdic federal reserve und die occ verklagt hatte zu operation 1.0 wir haben hier dazu berichtet gehabt es ging darum zahltag kreditgeber waffenläden und tabakoläden letztendlich händler dabei zu hindern an einem modernen finanzsystem teilnehmen zu können das heißt man hat versucht sie gewollt aus dem finanzsystem rauszuschaffen um sie zu unterdrücken damit sie ihre agenda nach vorne bringen können sie wurden verklagt cooper und kirk hat diesen prozess gewonnen und jetzt sind sie der meinung dass choke point 2.0 darauf ausgesetzt ist den kryptomarkt erst mal zu unterdrücken und das ist komisch wenn wir jetzt rückwirkend mal betrachten als diese leichte krise im bankensektor in den usa vor monaten entstanden ist welche drei banken sind zuerst pleite gegangen oder waren betroffen drei große kryptobanken silvergate bank silicon valley bank signature bank und jetzt überlegt euch das mal warum warum sind all die anderen banken kaum betroffen gewesen und diese drei banken die sehr krypto affin waren sind pleite gegangen oder wurden letztendlich übernommen von größeren banken und wer jetzt sagen möchte das ist doch zufall gewesen dass diese drei banken diese krypto affine banken pleite gegangen sind es ist kein zufall gewesen es sind bank runs entstanden durch fort wer diese fort verursacht hat das weiß man nicht wer dahinter steckt weiß man auch nicht genau aber nachdem das ganze passiert ist die drei größten kryptobanken in den usa pleite gegangen sind kommt die federal reserve auf einmal mit einer rettungsaktion der bank term funding programs hier an dem btfp damit solche bank runs nicht zu weiteren bank kollapsen führen vor allem von den regionalen banken haben sie dieses programm hier eingeführt denn wenn man jetzt kundengelder auszahlen möchte und diese gerade nicht hat weil man durch fristen transformations geschäfte die man tätig nicht direkt an die assets rankommt oder sie nur im minus verkaufen könnte können sich banken innerhalb von ein jahr hier einen kredit nehmen um die kundengelder auszahlen zu können warum haben sie so ein programm nicht für diese drei banken rausgebracht gehabt für die silver gate bank silicon valley bank und signature bank warum erst nachdem diese drei großen krypto affine banken wo einer auch einen teil der assets von usdc gehalten hat warum wir so einen starken die patch hatten warum nicht für die warum haben sie nicht gesagt hier habt ihr ein notkredit paket hier könnt ihr eure kundengelder auszahlen es ist schon ziemlich komisch wie viele zufälle wir hier haben oder und wir müssen nicht mal groß spekulieren signature bank wurde gezielt angegriffen laut bernie frank bernie frank wer ist bernie frank er steckt hinter dem dot frank act welches zu einer reformierung des finanzmarktrechtes in den vereinigten staaten nach der großen finanzkrise 2022 geführt hat und ein ex kongress mitglied das heißt es ist keine kleine entität oder größe die hier diese aussage getroffen hat er war auch ein vorstandsmitglied bei der signature bank und hat gesagt das ist eine anti crypto message die hier von der regierung aus in richtung kryptosektor gesendet wird das sind also keine verschwörungstheorien oder sonst irgendwas das sind gezielte angriffe auf den kryptosektor um den kryptosektor klein zu halten damit sie ihre cbdc voranbringen können und natürlich sind die cbdc ist die lösung dass wir volle kontrolle abgeben komplette transparenz über unser finanzwesen über unsere information über was wir einkaufen all diese ganzen dinge die geben komplett alles ab über cbdc ist aber das wird uns dann als lösung verkauft warum weil hier eine anti crypto message gesendet wird und weil hier ein signal beziehungsweise ein bewusstsein in der bevölkerung geschaffen werden soll dass kryptos schlecht sind und dass cbdc ist letztendlich die lösung sind und als ob das nicht reicht die eu sagt krypto assets sind wertpapiere die usa hat also ihre europäischen lakaien hier dazu angestechtelt in dieselbe richtung zu gehen es wurde hier eine studie von der eu in auftrag gegeben und hierbei geht es darum dass wieder mal kryptos angegriffen werden sollen also wir haben gedacht mit mica ist es vorbei aber hier unten wird es eigentlich perfekt dargestellt wer also darauf gesetzt hat dass die mica verordnung die handhabung von krypto assets in europa endgültig regelt sieht sich enttäuscht dies war offenbar nur der beginn denn jetzt sehen sich skeptiker darin bestätigt dass weitere gesetzliche vorschriften notwendig werden und ja hier wird auch erwähnt dass die entscheidung zwischen der ssc und ripple einen ausschlaggebenden faktor haben könnte auch jetzt schauen alle auf einmal dahin zuerst haben sie gesagt ja die listen alle xrp egal ripple und so ist eine security und jetzt jetzt gucken sie alle darauf was hier passieren wird bei ripple der erste war der gegen die ssc angefangen hat anzukämpfen und jetzt jetzt lenken alle langsam bei hätten sie nicht schon von anfang an ripple unterstützen können und hätten gesagt ja wir wir finanzieren das mit wir wir helfen euch auf irgendeine art und weise nein egal macht ihr mal und jetzt verstehen wir erst was für eine auswirkung diese klage zwischen ripple und der ssc hat und wie ausschlaggebend das für den kryptosektor sein wird und wovon ich am anfang geredet habe war das hier problem reaction solution das ist eine simple darstellung dessen was die cia nutzt um bestimmte kriege anzuzetteln informationen zu sammeln für die regierung ein simples beispiel dafür war zum beispiel irak hey wir finden einfach irgendein problem sie haben massenvernichtungswaffen die in lkw herumfahren darauf gab es natürlich eine reaktion unruhen hey alle haben angst diese iraker die könnten das gegen uns irgendwann mal nutzen natürlich haben sie dann auch eine lösung dafür sie bringen demokratie anhand von bomben nach irak und versuchen natürlich das problem dann zu lösen auf die gleiche art und weise gehen sie jetzt zurzeit auch gegen krepto vor und während legitime börsen wie beinance und coinbase verklagt werden die auch hinter den zweit und letztendlich drittgrößten stablecoin anbieter stecken ist der größte stablecoin anbieter hier in tether komplett frei erst mal ja in new york werden sie wurden sie zwar verboten dürfen nicht verkauft werden weitere investigations folgen aber die können hier schön weiter operieren mehr geld fließt in tether natürlich jetzt es gibt mehr vertrauen welches von von gründern von von pädophilen kinderschändern bis zu geldwäsche vorwürfen aber ja hey die werden hier erstmal nicht angefasst und dürfen weitermachen und haben jetzt eine milliarde locker gemacht um in el salvador in nachhaltiges bitcoin mining zu investieren ich bin echt gespannt wann die nächste bombe droppen wird und sie auch in richtung tether gehen the sandbox abverkauf nach apple präsentation was ist denn hier los ist das wirklich so hat die apple präsentation jetzt dafür geführt dass sandbox gefällt und weitere metaverse tokens wie immutable x wie render sollen jetzt auch gefallen sein aufgrund der präsentation von von diesen apple ar brille ich glaube nicht dass daran liegt der ganze markt ist einfach abgestürzt das hat jetzt nichts mit apples präsentation zu tun es wurde von apple seite auch nichts in richtung metaverse berichtet oder dass sie stark in diese richtung gehen sollen es ist einfach ein starker abverkauf auf dem markt gewesen mehr nicht große summen an matic sind in exchanges geflossen und das hat natürlich dazu geführt dass das angebot in den exchanges hoch geht wenn die nachfrage sinkt natürlich durch informationen dass die sec bei binance auch matic als ein wertpapier sieht dann passiert halt sowas extrem stark 95 millionen dollar an matic wurden allein von einem wahl in die exchanges transferiert wie wir sehen können haben wir auch hier einen extrem starken spike und natürlich hat das dafür gesorgt dass wir jetzt kurzfristig unter die 80 cent gefallen sind super super einkaufs bereiche ich werde in den nächsten tagen etwas geld locker machen und werde hier auch auf jeden fall matic rein gehen weil ich eine starke zukunft für dieses projekt auch sehe aber wir haben auch positive informationen schaut euch mal an was der gute jim hier zu sagen hat ja ihr habt ja gehört viele viele dieser crypto assets sind scams und sind nicht wie die banken darum solltet ihr da rausgehen das sind scams ihr liegt falsch ja leute das ist ein wunderschönes zeichen dass wir einen stärkeren run bald sehen können und was ist hier passiert wir haben hier einen wunderschönen backtest gesehen wir haben diese unteren bereiche endlich angetestet ja für die die neu sind das bedeutet jetzt nicht dass wir genau diesen bereich berühren müssen das hier zählt schon als backtest das ist eventuell die korrektur gewesen die wir antizipiert haben werden wir noch hier in diese bereiche fallen das wird sich in den kommenden tagen noch zeigen ob wir noch mal richtig stark abstützen wird es noch eventuell event noch schlechtere informationen immer das was wir zu haben glaube ich nicht ich denke mal das hier war schon der backtest werden jetzt ein bisschen konsolidieren und werden dann leicht nach oben gehen und jetzt schaut euch das mal an was haben wir hier gebildet wir haben hier einen wunderschönen parallel channel gebildet das hier ist ein bullish flag leute was passiert oftmals werden wir hier reverseln und einen schönen ausbruch nach oben sehen wie weit wir dann hoch gehen das weiß ich nicht ich denke mal es könnte zwischen die 32er und die 35.000er marke sein zwischen der 34.400 und der 35.100er marke irgendwo um den dreh haben wir auch diesen starken cmi gap werden wir hochgehen und diesen schließen bevor wir eine stärkere korrektur nach unten sehen das ist jetzt die frage das müssen wir antizipieren der us-dollar-index ist hier noch recht verhalten wir halten uns hier noch ein kleines bisschen sehen wir schon bald den absacker und einen reversal das ist jetzt natürlich die frage wir müssen abwarten und sehen wie sich das hier verhält der nasdaq ist gestern weiter nach oben gegangen hat aber wieder leicht runter korrigiert wir halten uns noch hier oben in diesen bereichen auf ist das jetzt der moment des reversals gehen wir eventuell noch hoch und haben einen backtest in diesen oberen bereichen hier das müssen wir jetzt abwarten es ist sehr sehr spannend ich denke mal wir werden noch weiter nach oben schieben bitcoin wird auch noch mal weiter hoch gehen und dann werden wir diesen initialen stärkeren pullback sehen meines erachtens nach wird das irgendwo hier in der gegend kurz vor dem halbigen sein was wir hier natürlich sehen an der gestrichelten gliederlinie darum bin ich sehr gespannt es ist nicht mal mehr ein jahr hin leute vergisst das nicht es ist nicht mal mehr ein jahr hin es kann volatil werden hier zwischen natürlich können wir einen stärkeren pullback sehen auf die weiße linie hier auf den all time high von 2017 das kann passieren wenn wir jetzt stärker hoch gehen dass wir bis zum halbigen entweder danach oder davor noch mal so eine stärkere korrektur sehen darum müssen wir hier entspannt bleiben es ist wichtig das ganze zu sehen und wenn wir uns das ganze bild angucken dann sehen wir einen ziemlich schönen starken anstieg bei bitcoin in diesem sinne wünsche ich einen wunderschönen tag und crypto heroes out so 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 so